Hallöchen und Nico, hast du gerade ein Schweinchen getötet? Nein. Apropos Schweinchen. Apropos Schweinchen, Nico, wie geht es mit unseren Oinks Oinks? Oh, ich glaube die Karotten sind ready. Oh ja. We got 1, 2, 3, 4, wir haben 6. Nico, was passiert? Sind die jetzt schon erwachsen alle? Ja. Nico. Ich lege ihnen dann gleich mal ein paar Karotten rein. Und mach gut Dings noch draus. Ich nehme die Samen, gerade hier. Dann habe ich auch was gemacht. Was sind Verlust? Warte mal, ich fährst die Hände. Bitteschön. Du weißt, am besten mehr Samen herstellen und dann mehr essen und so weiter. Damit wir erlauben. Okay, ja, heute kommt der Uralte dran. Wir hauen immer so richtig ein auf die Latschen, Kiefer. Oh, und auf dem Weg dorthin müssen wir halt mal gucken. Nico, ich bin mir echt nicht sicher, ob der nicht auf einer anderen Insel hockt. Also, ich sage jetzt mal nein. Okay. So, das, was ich von der Karte sehe. Ich, ich mal personal, äh, mal personal Idee, aber. Gut. Dann. Ich pflanz mal kurz wieder. Ja. Ähm. Wir brauchen noch ein paar Feuerpfeile. Wie stelle ich die nochmal her? Die müssen hier gar nicht schlafen. Ah, nein. Ich brauche. Äh. Da feuersteigen da. Hartz, Federn, Holz. Hartz, Federn, Holz. Ich habe diese Federn. Diese Hartz. Ach, ich Idiot. Nein. Nimm mal. Hä? Ich habe jetzt alle Karotten aus Versehen verbaut. Ja, egal. Ähm, zu, ohne Samen oder was? Doch, doch, dass dann, dass da aus Samen entstehen. Ah, okay, gut. Alle werden jetzt zusammen, okay. Aber das schadet auch nicht. Okay, okay. Nico, ich stelle ganz viele Pfeile her. Also, wir müssen danach auch ein bisschen teilen noch. Mhm. So. Ja, komm, passt schon. Das ist Tierzeugnisse. Ja gut, das Feld ist komplett voll. Ja, geil. Und ich habe noch ein paar Samen übrig. Okay. Kann ich den Edelholzbogen... Oh, wir könnten gucken, ob wir unsere Bögen verbessern. Mhm. Mal kurz, haben wir... Wir haben Pilze. Nice. Pilze? Ich nehme mal... ...10 Pilze. Pilze. Mhm. Und gibst den Schweinen. Ah, sehr gut. Wenn du nicht daraus irgendwas herstellen möchtest. Nee, das sind ja noch 22, klar. Und ich glaube, die gelben Pilze. Alter, den Nico frisst einfach nebenbei. Das ist ja der... Wow. Töschst du das? Ja, klar. Das hört man bis nach dem Bug, du Allah. Hallo, Schweinchen. Boah, krass. Was hier abgeht. Nico? Gibst du mir deinen Bogen gleich? Sofort. Erstmal hier habt ihr was zum Essen, Kinnis. Kinnis. Und... Ja, viel Spaß weiterhin, Kinnis. Aber komm einfach mal her, dann gebe ich dir den Stuff und daraus... Auch wenn das jetzt ein Hirschfell ist, aber... Sollte erstmal jetzt egal sein. Wir müssen den ja verbessern für den. Okay, also ich soll den Bogen verbessern, oder? Genau, den edel... Da rechts. Da rechts, 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 rechts. Achso, okay. Und gleichzeitig... Viel Spaß. Naja. So, und wir verbessern alles und dann... Okay. Sehr gut. Dann... Ich mach dann noch kurz Fleisch fertig. Genau. Fleisch. Ah, ich müsste hier noch... Das war doch das Problem mit dem... Warte mal, die Schmiede steht jetzt auch da drin, gell? Ja, die stehen zu nah beieinander, glaube ich. Äh... Warte mal. Ich mach das mal... Ich tried so. Ne, die brauchen mehr freie Fläche. Ich glaube, es ging nicht wegen dem Dach oder sowas. Ähm... Okay, gut, dann machen wir es anders. Ähm, was wollte ich jetzt noch machen? Naja. War alles eine nette Idee, aber... Ich hab jetzt 164 vollgefallen, ja. Ja, Mann. Wir werden wahrscheinlich ziemlich viele brauchen für den Uralten. Was war denn dieses Bling gerade bei dir? Ja, ist grad was runtergefallen. Also... Bei dir gibt's heute irgendwie voll das Konzert. Meine Güte. Ich hab keine Ausdauer mehr. Was soll das denn hier? Durchatmen. Haben wir noch... Wir müssen uns dann auf jeden Fall gescheit vollfuttern, wenn wir gegen den kämpfen. Übrigens, weißt du, was wir auch noch nicht gemacht haben? Hm? Den Händler besucht. Hast du schon einen gesehen, oder was? Wir haben doch einen auf der Karte. Ach Gott. Stimmt. Mhm. Stimmt. Ja, wenn wir das überleben. Also, der war ja nur im Dunkelwald dann, ne? Also, das soll ja nicht schwer sein, denke ich mal. Also, ich geh mal davon aus, dass es jetzt nicht... ...nicht so heavy ist. Weißt du was? Ich baue jetzt gerade mal die Bienenstücke einfach so. Mir nichts, dir nichts hin. Und ich... Ich denke, dass sonst dreh ich irgendwann durch. So, die Bienen schlafen gerade. Bienen schlafen, Bienen schlafen, Bienen schlafen, Bienen schlafen. Die Stöcke... Die Bienenstöcke gehen ja nicht kaputt, ne? In der... Im Wasserzeug da, ne? Guck. Der macht mir Angst, der Mann. Wie viel kostet nochmal ein Portal? How much is the portal? Zwei Steine, 20 Elo... Ja, dann machen wir doch... Machen wir doch zwei Portale. Machen wir ein Portal... ...hier... ...zum Händler. Also, hier und dann... ...und dann machen wir beim Händler noch eins. What the fuck? Was brauchen wir denn noch? What's was ich... Nico, du... Ich weiß nicht, ob du mit mir redest oder nicht. Ich höre dich auf jeden Fall nicht. Hörst du mich? Jetzt höre ich dich wieder. Okay. Ich habe da zehn Stück Fleisch für dich hingelegt. Wo, 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 wo? Hier. Ah. Thank you. Danke. Ja. So, wir brauchen... Also, wollen wir erstmal schnell zum Händler? Das klingt vernünftig. Sollten wir da die Münzen mitnehmen? Ähm... Ja, würde ich spontan sagen. Und ich würde auch spontan sagen, dass wir... Ich muss da mal erst was gucken. Weißt du nicht mehr, wo ich die Münzen hingelegt habe? Wertsachen bestimmt. Ja. So, und wir sollten... Noch ein bisschen... Ich hole mal kurz... Äh, ich muss mal ne... Ne Birke loswerden hier. Wenn ich noch eine habe, weil wir brauchen noch ein bisschen Edelholz. Ah, fürs Portal, oder? Genau, genau, genau. Mhm. Ich sehe da jetzt nämlich kein... Keine Birke. Ah, hier ist ein Grauling wieder. Ja, nein. Schau, die Bienen sind auch alle glücklich. So, alles gut. Sehr gut. Jetzt ja, jetzt ja. Kann ich uns für den Typen noch irgendwas Schönes machen? Äh, ich bräuchte eigentlich ne Waffe. Kannst du mir so einen Hirschsprecher machen oder so? Einen Hirschsprecher? Ja, ja, oder wie die Dinger heißen, die kann man ja machen im, ähm, im, wie heißt das? Auf der, in der Werkbank. Ich glaube, der hieß ein Hirschsprecher oder so? Muss ich mir angucken. Ich weiß nicht, was ein Hirschsprecher ist. Nein, kein Versprecher, ein Hirschsprecher. Ja. Okay, ich bin still, alles gut. Ein Hirschsprecher. Irgendwie sowas. Es war so eine Keule, die man da herstellen kann, glaube ich. Okay. Und ich habe die mir lange nicht gemacht und ich glaube, du brauchst nicht viel dafür sogar. Die sieht krass aus. Lederreste, Kernholz und... Du warst wieder weg? Jetzt auch. Ja. Ei, ei, ei. Was machst du für... Was machen Sachen? Fünf Hirschsprecher. Ich weiß auch nicht, ob wir fünf Hirschsprecher haben. Ach, wir haben 13. Ja, gut. Okay, und dann brauchen wir... Äh, zweimal Lederfetzen. Ja, easy, haben wir 29. Mhm. Und dann 20 mal Kernholz. Mhm, bringe ich gerade nicht mit, nein. Wir haben 24, läuft. Oh, nice. Weil dann hast du nämlich das Schwert und ich habe dann den Streitkolfen und dann knüppeln wir die Leute weg. Ich bin gespannt, wie das Ding jetzt aussieht. Ich auch. Hirschsprecher. Eine Waffe, die der Götter würdig ist, wenn du davon getroffen wirst, wirst du es wissen. Das klingt voll nach uns. Äh, ich mach das nächste Total hin. So. Machen wir. Machen wir. Handel, so. Junge. Was denn? Gönn dir dieses Teil. Boah, das ist eine Waffe, die der Götter würdig ist. Also da werde ich jetzt gleich Leute zerschmettern. Ähm. Okay, die ist halt extrem langsam, aber ja. Passt. Ja, gern dir. Ja, danke. Ja, da fühle ich mich gleich wieder besser. Boah. Da knüppel ich gleich alles wieder weg. Hör mal. So, was haben wir denn hier? 17, 17, 17, 17. Die kommen weg. Ich glaube, ich müsste sie alles haben, ja? Ich glaube, ich würde noch einmal die... Hä? Ach, falsche Kiste. Ich glaube, ich würde eine Hirschmarmelade, äh, genau, Hirschmarmelade, äh, Beerenmarmelade mitnehmen. Eine ganze? Nico, mal treib jetzt nicht. Was? Das, wenn wir kurz vor dem Boss sind, äh, ich gebe dir noch mal was. Ja, bitte. Ich habe gemerkt, dass der ziemlich krass ist, einen Fisch. Oh, ja. Die essen wir dann, also die Marmelade und den Fisch essen wir, bevor wir zu dem Boss gehen. Mhm, mhm. Weil die sind heftig. Wo sind denn, wo sind denn Werkzeuge? Ich würde gerne mal ein paar von meinen Werkzeugen ablegen. Ja. Äh, 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 äh. Aber ja, Entschuldigung. Schieb. Ne, das sind drauf jetzt. Okay, den Hammer muss ich hier mitnehmen. Okay. Gleich drin. Kurze Frage, soll ich schnell rüber segeln oder segeln wir zusammen? Ne, ich würde schon mitkommen. Okay, gut, dann lass uns... Ich kann übrigens auch nochmal Marmelade herstellen, vier Stück. Ja, aber liebend gern. Ich glaube, das schadet nicht, wenn wir gegen den Uralten da hasseln wollen. Eben, eben. Ich habe halt nur gedacht, ähm, lass uns vielleicht gerade einfach mal so rüber segeln. Wir teleportieren uns ja eh nur hin und her. Ich hätte es, hätte es eh später gemacht. Achso, okay, sehr gut. Also, jetzt erst mal segeln. Oh, sehr gut. Gib mir mal einen hier Sprecher. Warte mal schnell, ähm... Wie viel Schaden macht deine... Ähm... Schaden, 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 20. Okay, und wie steht das? Schlitzen. Schauen, 20. Okay, ich habe Schlitzen, 35. Ja, okay, dann ist meine ja... Auch nicht so schlecht. Ja, 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 ja. Aber ich glaube, zwischen Schlitzen und Dingen gibt es bestimmt wieder... Unterschiede, ja. Ja, weil das Spiel ist ja doch sehr... Komplex, würde ich fast sagen. Ja, doch nicht unkomplex. Ja. Ich muss sagen, hat mich auch übelst überrascht, wie... Ja, wie unfassbar komplex. Ja. Was dann doch hier alles möglich ist und so. Also, schon heftig. Ja, gerade das jetzt auch hier mit dem Boot bauen. Und später wird ja dann, wie gesagt, noch Eisenproduktion kommen und so. Das ist so krass. Oh, das wird so cool. Ja. Da ist bestimmt erstmal wieder so voll Bauen angesagt. Was gibt's Neues bauen, 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 bauen. Und zum Beispiel auch sowas wie, ähm... Steine, also Steinstraßen sowas bauen. Soll es ja dann auch geben noch. Oh. Also, das wird so gut. Wir stehen halt noch extrem am Anfang. Wir waren ja beim letzten Mal bei diesen... Was war das? Planes oder so hieß das doch, ne? Ja. Obwohl man ja jetzt... Also, eigentlich kann man ja jetzt schon viel bauen. Ja. Aber es ist ja nicht wenig, was wir machen können. Ne, null. Das ist extrem viel eigentlich. Ja, und schau mal, wie wir bei den Planes auf den Sack bekommen haben, gell? Ja, ja. Und dann, wenn wir da nochmal... Vielleicht hätten wir echt mal probieren müssen, die Moskitos zu hauen. Anscheinend fallen die ja recht schnell um. Äh, die Dings, die, ähm, Moskitos, ne? Ja. Das wäre... Oh, ich muss ein bisschen weiter nach rechts, hab ich das Gefühl, ne? Ich weiß nicht, ich sehe das nicht durch das Segel so gut. Ja, ja, wir müssen da vorbei. Ja, wir müssen ein Stück nach rechts. Das ist noch nicht das Stück Land, wo wir hinwollen. Und da müssen wir gleich ein bisschen links noch. Da segeln sie wieder. Ja! Ja, wir segeln... Oh, 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 Steine. Wir haben hoffentlich gelernt. Oh, ey. Aber du hast Fische gefunden. Hammer. Ja. Also, ja, tatsächlich gefunden. Das ist einfach so da gewesen. Ja. Das war ja... Stein! Scheiße. Das ist nichts gut. Nicht. Wir waren ja auf so einer kleinen Insel, die so überschwemmt wurde und dann lagen die Fische plötzlich an Land rum. Ja, ja. Was ich gelesen habe, aber ich habe das noch nie gesehen hier. Es soll angeblich so, Anführungsstrichen, Kreaturen geben, die sich im Wasser befinden. Und du stellst dich halt drauf und du haust die ganze Zeit mit der Spitzhacke raus und du kriegst von denen Schuppen und irgendwann verschwinden die. Aber die greifen mich nicht nie an. Ja, habe ich auch gelesen. Ich habe mir gedacht, what the fuck? So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich habe ja auch schon mal so etwas wie den Rücken von... Hat ausgeschüttet wie eine Seeschlange oder so. Ja, ja, genau. Habe ich auch schon mal gesehen. Alter, das ist bestimmt so mega geil, wenn man mal da was abbaut. Und ich freue mich schon, wenn endlich die Riesen einfacher werden, weil im Moment ist es ja so... Im Moment ist es ja ein... Wegrennen und abschießen, wegrennen, abschießen. Ja, echt so. Da ist sie, da ist die Seeschlange. Oh. Oh oh. Nicht, dass das gut wäre. Vorsicht, Nico. Du musst, glaube ich, gleich dann... Bwaaaah. Ja. Ähm. Okay. Oh oh. Ich glaube, die greift an, Nico. Mhm. Nico, Hilfe! Nimm deinen Bogen! Oder so. Nee. Was mach... Okay. Ich glaube, die mag uns nicht. Nico, die ist ein bisschen schneller. Oh fuck, Alter. Die macht 60 Schaden. Nico, nimm deinen Scheißbogen. Ah, ah, ah. Ja, habe ich. Ah, ah, ah. Wir sind gleich an... Oh Gott. Ich sehe halt nichts mit dem Scheißsegel. Ich auch nicht. Ah. Oh oh. Ja, okay. Die bekommt aber gut Schaden. Die blöde Sau. Oh nein. Die blöde Kuh. Jetzt schießt der ab. Mein Gott, das spackt bei mir immer rum. Oh Gott. Ich kann nicht schießen. Ja, der bricht immer ab. Alter. Alter, wir sind gleich da an Land. Nee, ist das dumm, Mann. Gut so. Also, wenn wir zumindest in der Nähe vom Land sind, ist das schon mal was wert. Ich meine, wenn das Ding... Oh, shitty. Okay, wir werden schon mal nicht untergehen. Nein. Besser? Ich kann nicht schießen. Er bricht bei mir immer die Animation ab. Das passiert mir auch beim Blocken immer. Ich kann nicht schießen. Wir haben die gleich. Jetzt schießt's. Halt, Mann. Kann nicht. Er schießt einfach nicht. Ich kann sie nicht töten. Jetzt ist sie tot. Ich kann nur weg.